Hallo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Fallout 4 im Überlebensmodus, kurz davor ist es gewesen, Skyrim zu sagen. Ja, wenn ich beide Spiele spiele, ist es immer so ein bisschen verwirrend für mich, egal. So, wir wollen heute in die Abfüllanlage. Wir haben immer noch keinen von diesen komischen Quarkis gefunden, was mich ein bisschen erstaunt. Vielleicht haben wir eines Tages Glück und wir wissen endlich, wie es aussieht. Die Frage ist nur, wie kommen wir da jetzt rein? Muss ich da echt da durch? Enter, ja klar, logisch. Schauen wir mal, was sich hier verbirgt. Mal gucken, was wir für Gegner hier treffen. Ich habe jetzt noch keine mächtigen Gegner getroffen, außer auch Mylocks. Wir haben in der Nuka-Cola-Welt der Erfrischung. Jetzt mit einem Nuka-Cola-Quantum-Fluss. Lol, das ist Nuka-Cola-Quantum. In Anführungszeichen. Nuka-Cola-Quantum. Doppelte Kalorien. Doppelte Kohlenhydrate. Schlechte Entscheidung. Doppeltes Koffein. Und doppelter Geschmack. Und dann noch dieses tolle, mit der blaue Leuchten. Hey da, da hinten. Also, lehnen Sie sich zurück und entspannen Sie sich, während wir Sie durch die Nuka-Cola-Welt der Erfrischung führen. Willkommen in der Nuka-Cola-Welt der Erfrischung. Jetzt mit einem Nuka-Cola-Quantum-Fluss. Bis auf die kleinen Ratten, die mich da fast umgebracht haben. Das ist jetzt eine Abkürzung. Nuka-Cola-Quantum. Doppelte Kalorien. Doppelte Kohlenhydrate. Doppeltes Koffein. Und doppelter Geschmack. Und dann noch dieses tolle, patentierte blaue Leuchten. Ach, hier wären wir hochgekommen. Ha, lol, hups. Also, lehnen Sie sich zurück und entspannen Sie sich, während wir Sie durch die Nuka-Cola-Welt der Erfrischung führen. Und hier eine besondere Überraschung. Hier produzieren wir das neue... Habt durch die Ecke. Sorry. Das ist eine zu gute Anspielung. Ich laufe mal kurz aufs Dach, um zu sehen, ob das irgendeine militärische Übung ist. ...mitglied der Familie. Nuka-Cola-Quantum. Kann ich das abschalten, bitte? Ich glaube, das kann ich hier abschalten. Das nervt mich so immens, dass der da die ganze Zeit brabbelt. Ähm, komm schon, komm schon, komm schon. Hier muss doch noch irgendwas sein. Wupps. Freunde, wir haben irgendwie vier Buchstabe, äh, vier, vier, vier Wörter. Cool. Reicht schon. Perfekt. Äh, auf Subsysteme zugreifen. Fehler, war ja klar. Sicherheits-Tür öffnen. So. Wir konnten die Stimme leider nicht in meinem Kopf, äh, abschalten. Schau da. Wir müssen sie leider heute ertragen. Das blaue Leuchten ist nicht nur Kosmetik, Leute. Quantum enthält eine super geheime Zutat, die Ihnen einen atomaren Energieschub verleihen wird. Siehst du ein Roboter? Ich bin gesehen, Roboter. Roboter? Roboter? Die leuchten alle, ne? Ach, du bist unsichtbar. Jetzt greift wenigstens den Bar lock an. Wo läufst du hin? Wie wär's mit hier, der Treppe? Hab's hier irgendwo gesehen. Feind noch immer in der Gefechtszone. Oh Gott, nein. Nur verfickte Feiglinge verstecken sich. Und erneut verpasst. Aggressotron wird angegriffen. Ich glaub, ich hab irgendwas vernichtet. Und ein Level abbekommen. Cool. Hab nicht ab dem Raider gehört, irgendwie. So. Die haben ja richtig Schaden bekommen. Ach, das war Gage bestimmt. Hä, wie, wie, wie? Wo seid ihr denn da hingekommen? So, der letzte bist du da unten, ja? Verkürzt dich gerade mit dem E-Lock-Typen? Nein, schade. Ich weiß vielleicht nicht, wie der Scheiß funktioniert, aber wenn es glänzt, ist es was wert. Lass uns nicht zu lange an einem Ort bleiben, wo wir uns locker eine Kugel einfangen können. Ich glaube nicht, dass hier Kugeln sind. Nur Laser und Meilocks. Ist ja nicht so, als wären die auch tödlich. Ähm... Das muss der sein. Ich muss ein bisschen redlos werden. Eindeutig zu wenig Leben, um hier rumzulaufen. Nuka World. Wir sind ausklank. Lull. Aber so sind die Meilocks bestimmt reingekommen. Komme ich so zu euch, irgendwie? Ich habe nämlich das Gefühl, ich muss sie einfach nur da töten. Was höchstwahrscheinlich auch so sein sollte. Ob die Eier dazu ziehen? Mama und Papa, bereit für einen Abend in der Stadt? Dann schnappen Sie sich eine eiskalte... Willkommen in der Nuka-Cola-Welt der Erfrischung. Oh Gott, halt die versetzt. Jetzt redet sie doppelt. Was ist denn, warum? Nuka-Cola-Quantum. Doppelte Kalorien. Doppelte Kohlenhydrate. Doppeltes Koffein. Und doppelter Geschmack. Oh, im Kreis gelaufen. Cool. Und dann noch dieses tolle, patentierte blaue Leuchten. Ach, da seid ihr Schweine. Hier in der Abwehranlage kommt unser schwarzes Gold in unsere neuen, supermodernen Akletenflasche. Ich mag die Waffe. Ich mag sie. Halte nicht, Kumpel. Ist das jetzt echt Quantum? Hier in der Abwehranlage kommt unser schwarzes Gold in unsere neuen, supermodernen Akletenflaschen. Töte es. Jede Flasche wird mit Kohlensäure versetzt und dann mit einem unserer berühmten Kronkorken verschlossen. Nö, da steht Wasser. Verarsche. Hier in der Abwehranlage kommt unser schwarzes Gold in unsere neuen, supermodernen Akletenflaschen. Hey, da hinten. Und hier eine besondere Überraschung. War ja klar. Kein Stück Reichweite, ne? Lass mich kurz nachladen. Die kleinen Viecher töten mich. Oh Gott, nein. Du bist kein kleines Viech. Fuck, wann hab ich gehört? Warum vergesse ich immer zu speichern? Jetzt bin ich wieder 93. Komm. Okay. Das bedeutet nichts Schlimmes, Freunde. Das bedeutet nur, dass ich einen auf Rambo machen werde. Wir kommen in der Nuka-Cola-Welt der Erfrischung. Jetzt mit einem Nuka-Cola-Quantum-Fluss. Dreh dich um. Dreh dich um. Das kommt davon, wenn man sich nicht umdreht. Erstmal die Klamotten klären. Ja, wir sind sowieso an einem neuen Ort. Juckt mich nicht die Bohnen, oder das wir gerade nicht gespeichert haben. Werden jetzt alle hier weg noch. Geschafft. Okay. Direkt noch eine Tür. Cool. Ja, cool. Darf ich? Dankeschön. Hey Mama und Papa. Bereit für einen Abend in der Stadt? Dann schnappen Sie sich eine eiskalte Nuka-Cola-Dark und erleben Sie die durstlöschendste Variante zu entspannen. Bin ich jetzt im Kreis gelaufen? Bin ich jetzt wieder... Das ist mehr als verwirrend. Weil die Fresse im Biolog. Ich hab'n Level up, Bro. Verfiss dich. So. Die haben mich aggressiv gemacht, Freunde. Die haben mich einfach aggressiv gemacht. Wir haben Gesellschaft. Gehen Sie auf die Augen nach unserer neuesten Kreationen. Ist mir scheißegal. Mach' sie kaputt. Du bist groß. Du bist ein großer Junge. Ihr scheiß Dreckigen. Eieiei. Stirbt. 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 Tod. Alles einfach tot. Und hier ist einfach alles verschlossen. Leck mich, Tür. Leck mich, Tür. Aber ist doch wahrscheinlich ein Bittig, ne? Nein. Och, Gott, wie wichtig. Ich hasse ihn, ja. Ja. Wo zur Hölle bin ich jetzt? Das ist nur ein Clipboard. Du hast Spaß gemacht. Was, Boss? Du hast alleine geschossen. Ich hab' gar nichts gemacht. Das war dein Spaß. Warum muss das hier so verwirrend sein? Hier geht's überall hoch und runter und hast du nicht gesehen. Keine Gnade. Es dauerte fast zwei Jahre, um die Formel zu perfektionieren. Aber Ende 2044 hatte Mr. Bradburton endlich Erfolg und Nuka-Cola war geboren. Hat sich irgendwas versteckt? Keine Gorkis? Nein? Was soll'n der Scheiß? Er rügelte rasch andere minderwertige Getränke und wurde zu Amerikas beliebtesten Softdrink. Wieso gibt's hier ne Tür, die er zu einem, ins nirgendwo führt? Kannst du mal aufhören, da hinten zu sterben? Das ist ja grausam. Weißt du was? Ich lauf jetzt nicht in die Gegend hier. Die können mir nichts. Achso, ich hätte hier runterspringen können. Ich helfe. Ich helfe. Ich helfe. Du bist so was von Malzblieben gibt es die leckere Nuka-Cola-Wide. Der kleine Mistflieger ist, ne? Im Westen gab es regionale Varianten. Etwa die klassische Nuka-Cola-Quarz und die erfrischend-phangspolitische Nuka-Cola-Wide. Alter, jetzt verzieht ihr euch doch mal. Scheiße. Und für jene, die den zeitlosen Geschmack von Malzblieben gibt es die leckere Nuka-Cola-Wide. Und für jene, die den zeitlosen Geschmack von Malzblieben gibt es die leckere Nuka-Cola-Wide. Nuka-Cola-Wide. Wie krass die Radioaktivität steigt. Wenn ich einen Schluck trinke. Krass. Okay, jetzt hüben wir uns zwei Red Away rein. Das war die falsche Taste. Trianten. Etwa die klassische Nuka-Cola-Quarz und die erfrischend-patriotische Nuka-Cola-Victory. Jetzt habe ich auch noch Hunger. Wird das Bildschirm immer schwärzer? Kann das sein? Ach ne, wir sind ja aus unserem Ding ins Kirchens rausgegangen, ne? Das wird sein. Und für jene, die den zeitlosen Geschmack von Malzblieben gibt es die leckere Nuka-Cola-Wide. Ja, das dürfte nicht. Wir sind auch hier immer noch Hunger. Immer noch Hunger. Meine Fresse, jetzt bin ich auch noch müde. Ach komm. Ich brauche unbedingt einen Arzt. Alter, ist nicht dein Ernst. Dass da schon wieder einer kommt. Ich hab keine Schotting-Munition mehr. LOL. Sag dir hier irgendwas von wegen, ich hab genug Munition. Sie überflügelte rasch andere, minderwertige Getränke und wurde zu Amerikas beliebtesten Softdrink. Hörst du was? Mr. Bradburton ruhte sich aber nicht auf seinem Erfolg aus. Ihr seid ja endlich am Tod. Schufen weitere, neue, aufregende Rezepte. Gehen wir ja. Ich ziehe jetzt mal die ganzen Puppen aus. Ich bin ein kleiner Perversling. Es dauerte fast zwei Jahre, um zu perfektionieren. Aber Ende 2044 hatte Mr. Bradburton... Er träumt von einem Softdrink der Energiespende. Bin im Kreis gelaufen. Großartig. Also, lehnen Sie sich zurück und entspannen Sie sich. Ich bin am Anfang. Wir können Sie durch die Nuka-Cola-Welt der Erfrischung führen. So, lass mich doch den normalen Weg gehen. Die Geschichte von Nuka-Cola begann. Sie überflügelte rasch andere, minderwertige Getränke und wurde zu Amerikas beliebtesten. Und für jene, die den zeitlosen Geschmack von Malz lieben, gibt es die leckere Nuka-Cola-Welt. Von da kamen wir, ne? Aber nicht von hier. Halten Sie auch die Augen nach unserer neuesten Kreation offen. Schon bald werden erste Lieferungen von Nuka-Cola-Quantum in Supermärkten und Restaurants eintreffen. Alter. Was ist denn mit der Entfernung passiert? Ein Nuka hat 35 Euro in unserer Leute über die Ereignisse. Zeigen Sie sich. Sie zögern Sie Nuka-Cola-Welt nicht, wenn Sie schwanger sind oder einen schwangeren Plan. Er redet da. Was zum Teufel. Aber das hier ist nicht nur eine Attraktion. Es ist eine von mehreren Funktionsstüten der Fabriken, in denen Nuka-Cola hergestellt wird. Wie lange müssen die denn gehen? Will ich haben. Ohne Momente. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Weiß wie. Weiß wie. Wir müssen zurück. Halten Sie auch die Augen nach unserer neuesten Kreation offen. Schon bald werden Kassel-Welt nicht mehr verstanden. Im Westen gab es regionale Varianten. Etwa die klassische Nuka-Welt. Aber wenn das geht, bin ich glücklich. Mr. Bradburton ruhte sich aber nicht auf deinem Kopf. Kannst du dich mal über die Fresse halten, ganz ehrlich. Das wirst du noch bereit. Er träumte von einem Fortschrink, der Energie spenden. Die Konzentration steigern und 120 Prozent sind für den Tagesbedarf. So ist die Frau beibehalten worden. Willkommen in der Nuka-Cola-Welt der Erfrischung. Jetzt mit einem Nuka-Cola-Quantum-Fluss. Ach, come on. Kann ich nicht einfach hier langlaufen und an die Treppe hochgehen? Nuka-Cola-Quantum. Doppelte Kalorien. Doppelte Kohlenhydrate. Doppeltes Koffein. Und doppelter Geschmack. Und dann noch dieses tolle patentierte blaue Leuchten. Ach, come on. Spiel. Ich muss so hoch wie möglich kommen. Also, lehnen Sie sich zurück und entspannen Sie sich, während wir Sie durch die Nuka-Cola-Welt der Erfrischung führen. Ja. Ausgetrickst, Alter. Willkommen in der Nuka-Cola-Welt der Erfrischung. Jetzt mit einem Nuka-Cola-Quantum-Fluss. Nuka-Cola-Quantum. Doppelte Kalorien. Doppelte Kohlenhydrate. Doppeltes Koffein. Doppeltes Koffein. Doppeltes Koffein. Doppeltes Koffein. Doppeltes Koffein. Ich hasse euch, Begleiter, ne? Und dann noch dieses tolle patentierte blaue Leuchten. Und diese Stimme, die mich die ganze Zeit, den ganzen Tag nervt. Also, lehnen Sie sich zurück und entspannen Sie sich, halt auf die Fresse, Mann. Wie Sie durch die Nuka-Cola-Welt der Erfrischung führen. Na ja, klar. Na ja, klar. Oh Gott, Freunde. Ich... Ich treche hier gleich durch bei diesem Spiel, ne? Das quält mich nur noch. Das ist doch nicht mehr normal. Hier wollte ich ja. Und hier eine besonderes... Ich denke nämlich damit... Cool. Können wir die Sicherheitstür öffnen? Um an dieses Nuka-Cola-Ding ins Kirchen zu kommen. Weil es gibt sonst keine andere Tür, die wir öffnen können. Hier produzieren wir das neuste Mitglied der Familie. Nuka-Cola-Quantum. Okay, gehen wir erstmal zur anderen Seite. Irgendwo muss ja auch der Hinweg sein hierher, ne? Willkommen in der Nuka-Cola-Welt der Erfrischung. Jetzt mit einem Nuka-Cola-Quantum-Fluss. Was ist des? Er träumte von einem Softdrink der Energiespende. Memos für Mitarbeiter. Große Eröffnung. An alle Fahrgeschäft-Mitarbeiter. Nachdem sie im letzten Monat alle im Urlaub waren, freuen sie sich sicherlich sehr, wieder hier zu sein und sich ihren nächsten Lohn abzuholen. Ich will ihr Lächeln sehen. Es sind nur noch wenige Tage bis zur großen Wiedereröffnung. Sollte die Geschäftsleitung das Gefühl haben, dass sie nicht eifrig oder unbegeistert genug sind, werden sie ersetzt. Vergessen sie nicht, dass wir uns immer noch für eine vollautomatische Wiedereröffnung entscheiden können. Also machen sie sich bereit für die Quantum. Von den Getränkespezialisten habe ich sogar erfahren, dass sie die Quantum direkt aus dem Fluss trinken können, wenn sie sich ein wenig schlapp fühlen. Die neue Nuka-Cola-Quantum liefern so viel Energie, dass sie alle Bakterien abtöten, mit denen sie in Berührung kommt. Also hoch die Gläser. Das ist kein Quantum. Ich hab's probiert. Nuka-Bar bis auf Weiteres automatisiert. An alle Fahrgeschäftsmitarbeiter. Die Geschäftsleitung hat entschieden, dass der Nuka-Bar-Bereich des Fahrgeschäfts bis auf Weiteres automatisiert ist. Trotz zahlreicher Warnungen, dass die Schauspieler das Trinken von Nuka-Cola-Dark auf der Fahrt nur spielen sollen, ist Jenny von ihrem Hocker und in den Fluss gefallen. Ihr geht es gut, aber die Krankenpfleger sagten, sie hatte nach nur zwei Stunden ihrer Schicht einen Blutalkoholgehalt von 0,37 gehabt. Wir wissen, ihre Begeisterung für Produkte von Nuka-Cola sehr zu schätzen, müssen unseren Besuchern aber eine absolute sichere Umgebung bieten. Ein Besucher hat seine Brille verloren, als Jenny sich am Boot den Kopf gestoßen hat. An Nuka-Cola-Dark ist Alkohol. Ah. Halten sie sich an Script. An alle Fahrgeschäftsmitarbeiter. Mir ist bewusst, dass einige von ihnen aus anderen Vergnügungsparks zu uns gekommen sind, wo Improvisation erlaubt oder sogar erwünscht war. Aber hier in Nuka-World bitten wir sie, sich an Script zu halten. Im milden Westen dürfen sich beispielsweise nur Cowboys oder Cowgirls aufhalten. Nuka-Girl, Zeit, Zetaner, Clowns, Ritter, Piraten, Gorillas, Ninjas oder Seiengeheuer haben dort nichts zu suchen. Keine weiteren Streiche. An alle Fahrgeschäftsmitarbeiter. Wir haben erfahren, dass den Arbeitern in der Abfüllanlage einige Streiche gespielt worden sind. Bitte beachten sie, dass diese Art von Streichen nicht den umgeben Umgangsregeln in Nuka-Cola-World Angestelltenhandbuch entsprechen. Ich werde jetzt immer Nuka-Cola-World sagen. Es ist mir scheißegal. Ein Tablett leerer Flaschen mit Trockeneis zu füllen und diese in den Verschließer zu schicken, sodass sie beim Verschließen explodieren, verstößt eindeutig gegen die Sicherheitsbestimmung. Wenn Randall aus dem Krankenhaus entlassen wird, findet er die Sache bestimmt lustig. Aber Nuka-Cola kommt für seine Augen-OP auf. Weshalb es die Geschäftsleitung weniger amüsant findet. Fahrgeschäftsskripte. Brad Burtons Labor. Ach, hier sind wir gelandet. Okay, ich weiß Bescheid. Ich weiß Bescheid. Gut, dann können wir jetzt wieder in die andere Richtung gehen. Hier geht's noch runter. Lol. Gut, bin ich um Sonnenzug geflogen, aber egal. Nuka-Cola-Quantum. Wir müssen den Weg hier nach unten, ne? Doppelte Kohlenhydrate, doppeltes Koffein und doppelter Geschmack. Und dann noch dieses tolle, patentierte laue Läuschen wird mit Kohlensäure verhäst und dann wird alle uns Ratschelung gleich draußen verschlossen. Das blaue Leuchten ist... Freunde, wir sehen uns morgen wieder. Ich brauch mal kurz ein paar Minuten ohne diese Stimme in meinem Kopf. Haut rein, euer Zero. Tschüss.